Hallo und Herzlich Willkommen liebe Minecraft Community zu einer weiteren Folge Let's Play Together und ich lade hier noch schnell zu Hause nach Hause zu Hause ja und heute wieder am Start mein Bruder eh wir müssen da wir müssen da noch schauen dass wir solche Ranken finden oder wie die heißen also die bei den Dschungel Bäumen oder wohl die zu finden sind hast du schon ja halt ich hab sie nicht ich hab sie nicht halt ich müsste kurz eisen suchen dass ich sie abpacken kann sie ist kein Problem sein ich mach's einfach schnell hin ja das sieht nicht mal so schlecht aus wir haben aber trotzdem trotzdem noch Stein haben wir dann ist drin nee mit Gartenstein mehr nur Stein ja okay ich glaub ich glaub wir müssen ich geh jetzt da drüben noch mal schauen ja ich könnte ich das Obsidian da drinnen oder haben wir die Portal schon gemacht ja ja die haben wir schon gemacht und das restliche Obsidian hab ich verwendet für die Endungsschrift ja ich bin gerade wie sie nun durcheinander und die Brücke solltest du auch mal fertig machen bauen ja ich bin ja nicht mal in deiner Nähe ich bin ja ja es geht nur ins Prinzip mich prinzipi und so kommen da und es noch brauchen ne aber ich kann die Dinger gleich mal setzen äh die Schwarz-Eichen die nehm nimm die Schwarz-Eichensetzlinge sie wachsen können weil ich glaub das Holz brauchen wir öfters schaut das nicht so schlecht aus meine Meinung nach meine Meinung nach aber wo ich mach hier einfach mal äh so das komische ne das ganze das ganze Texture Pack schaut anders aus nur die Setzlinge hier schauen so ganz normal aus so hier noch und hier noch ich glaub da braucht man immer vier ne mit zwei geht's nicht man braucht vier immer das ist echt unmittelbar äh so dann mach da mein Inventar mal ein bisschen leer mhm 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 das brauche ich noch dann haben wir das da rein so und dann verbaue ich noch schnell das 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 Zeug da weil da kommen noch mehrere Farmen hin so jetzt muss ich nur da schauen dass es ungefähr passt hier nachhören so Kevin hallo gar nicht mehr gar nicht mehr da da wird schon gleich wieder auftauchen wenn jetzt hier der Eingang ist von der zweiten ne das geht ja gar nicht müsste hier der Eingang sein dann wird es sich vielleicht ausgehen kann das ganze mal so ein bisschen berechnen wie weit 1 2 3 4 5 da 1 2 3 4 5 dann wäre das genau da dran das möchte ich aber nicht eigentlich eigentlich würde ich schon gerne äh dass da Platz frei ist Kevin oh Kevin ja wieder da ne ok dann brauchen wir noch schnell eine Axt also ich hab deine also deine Ranken habe schon 22 gesammelt ja ok die können wir eh vermieren ja ich weiß aber das dauert meistens ne das so viel Geduld haben wir schon aber äh man jetzt hab ich das hier nicht und das hier nicht äh mann wollen wir da ein Stück irgendwo nehmen wir da auch noch ein paar mit keine Stücke mehr so ah ich bin nicht dumm da nur gleich 2 so eins brauche ich die kann ich auch noch brauchen das können ich vielleicht auch noch äh das äh das so jupsi hier wird dann auch noch äh ein Weg rüber gehen jetzt müssen wir schauen jetzt müssen wir schauen weil es schaut ein bisschen blöd aus dem wenn das außerdem macht es noch eins weiter rüber das ist im Prinzip hier hier der Eingang ist dann wird das aber 1 2 3 4 5 bis hier hingehen und dann das ist schon wieder zu viel abstand ja ich mache es einfach also über 1 2 3 4 5 das zweite mal wenn das hier ist so das müsste dann passen ne das ist dann so ja genau also wie holen wir sie da bin ich jetzt auf gleiche Höhe ich will hier mal fliegen ne ich bin zu niedrig noch so dann kommt da noch eins her denn äh 1 3 glaube 2 3 dann sind da 2 frei so 1 2 3 und dann geht es hier ups 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 so ich bin gerade voll konzentriert 1 2 3 1 2 3 hey wir jetzt bin wir gar nicht mehr ja wir glauben du musst nochmal eins hören ne oh man ich finde keinen Akazien Wald ok ist das so selten oder wie nein eigentlich nicht aber ich finde ihn gerade nicht wahrscheinlich ein bisschen zu dumm ein bisschen zu dumm um den Wald zu finden ja das würde ich jetzt auch sagen so so und dann kommt es auf die Höhe das müsste so passen hier ganz durch ich müsste es gerade ein bisschen kopieren von da so äh so 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 dann geht es hier so und dann kann eigentlich einer habe ich auch gerne ja jetzt jetzt mache ich das noch schnell wie wird das da gemacht oh mit Dings ja 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 das heißt aber hier muss machen wir da ja der war nicht so gut einsammeln ja so so ähm hast du die Zombies ein oh ne Entschuldigung Leute aber meistens wenn ich vom Server gehe dann schalte ich die Zombies noch schnell aus weil uns ist schon ein paar mal passiert dass äh die die Zombies uns gekillt haben wo wir draufgejoint sind oder halt nicht gekillt aber angegriffen äh ja bisschen blöd aber so ich muss hier noch eins finden ne ist ja quatsch ich muss ja ja das habe ich gemeint das schaut jetzt blöd aus ne muss mir noch was überlegen wenn man hier so macht ha 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 na und ich hab schon wieder ziemlich wenig holt er wird es da nur die ist also das wird jetzt die die weiten arbeit es wird entweder die kartoffel oder die karotten habe ich keine ja können wir trotzdem einbauen wir suchen hier werden enderman er kannst du mal killen wo hier ist richtig viel los ich kann richtig viel los so kann man es auch mal Kredi Lohkert zu den ewigen Birkenwald Kredi Lohkert als man ehrlich der Dicken im Alter so wird die Menschen ja hoher klar wird dieser Wert die Säti New Fischer fertig ich bin Oh, ich hab den Globo angeschaut. What the fuck? Behinderte Schwuggler! Ich brauch ne Wüste. Ey, ich kämpfe jetzt an Enderman. Okay, er ist tot, aber ich hab nix gekriegt. Schaté. Ah, ich hab nix gekriegt. Kann man nix machen, oder? Nee. Eins, zwei, drei, vier. So muss ich, glaub ich. Jetzt bin ich wie rein zu tief, oder wie? Wie schaut das aus? Wer bin rein zu tief? So, stimmt das. Oder? Jupp. Muss schon passen. Ein Jumper da hier. So, eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins. Muss ich gleich wieder zubauen, da. Oh, Mann, nee. So. Mach schneller! Oh, wir sind schon wieder bei zwölf Minuten, obwohl wir euch gerade angefangen haben. Wie die Zeit vergeht. Das heißt, ich werde jetzt die Aufnahme beenden. Ciao, Leute. Ciao. Bei mir.